So, jetzt. Was? 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 Ich wollte sagen, ich wollte gerade anfangen zu sagen, dass auf der anderen Seite vielleicht ein Triple war. Zu spät. Dann sein Happy King. Was sind alle zusammen? Was sind alle zusammen? Was ist das denn da? Wir brauchen diese ganze nutzlose Scheiße! Wir brauchen diese ganze nutzlose Scheiße! Wir brauchen diese ganze nutzlose Scheiße! Bäm! 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 Wow! Was kommt das denn hier? Was da hinten ist eigentlich? Upsa! Was du aushältst! Scheiße! Das sind so viele schon wieder! Lässt wieder an! Okay, Bruder! Sie ist hier! Zeit zu sterben! Du gehörst mir! 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 In seinen Hals! Du gehörst mir! 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 Unrealistisch wie Sau! Wahnsinn! Unrealistisch wie Sau! Wieso? Weil du so lange durchgehalten hast? Du gehörst mir! Ach, ich bin immer noch in einer anderen Bereitschaft! Ne, hä? Was? Na schön! Du gehörst mir! Kannst du mal hierāss früh lassen? Nein! Ja, bringt doch mal zu einem Gewehr! Nein! Nein! Moment, weißt du schon mal aus? Kräfte nochmal an! Das Spiel ist so unrealistisch, ey! Das ist so unrealistisch! Warum ist es nochmal? Weißt du, ist... Mann! Wechsel doch mal jetzt den Gewehr! Danke! Mach bumm! Danke! Nochmal bitte bumm! Das kann man natürlich auch machen! Das kann man natürlich auch machen! Jetzt kann das Bild wackeln! Bye! Ah! Das ist so viel! Ja! Hey, komm mal! Was? Was? Äh, ist das ein Feuerknacker oder was? Ja! Echt? Ja! 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 Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste! Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden! Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen! Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs! Erbitte schnellstmögliche Verstärkung! Hm! Verstärkung! Schnellstmöglich! Naja! So! Wo sind unsere Ziel? Wir haben auch kein Ziel hier gesetzt! Wo ist denn der Pfeil? Wo wir hin müssen? Gibt keinen Pfeil! Kannste ja aussuchen! Denk an den Frank! Ja! 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 Wo, was machst denn du? Ha! göre kijät noch hin. Sie holen. Und sie leben natürlich noch! Machst du's nochmal aufs Notameinwand? seiiiiint resur worse careful ou- Nicht abscheuert oder? kolej kolej gratuit pat x guidelines Ich bin damals auch gern auf Treppen gerutscht. So! Der freut sich bei nie Überraschung Überraschung! informat! als ob ja ja von hinten wie kommt denn der ist von hinten auch dieses dieses spiel macht mich wahnsinnig nicht quatsch ist überhaupt ein wahnsinniges spiel dass man kann aber wie du hast keine granaten mehr aufgenommen die ist doch blöder ich habe einen grafikfehler das gilt ja nicht wenn du dich umgehen sollst ich würde es das kann sie am besten so, wo gehst du denn lang? oh man Munition Munition na bündelst du mal das scheiß Seil da oben und was duckst denn du dich hier ist okay, das ist ein ducken nein, du schaffst es nicht mehr so ach, die so bescheuert da! jawoll nein ach, ich weiß ja nicht was duckt denn die sich? das ist okay noch du schaffst du schaffst du schaffst du schaffst du schaffst komm komm und der auch nicht aufpassen, da kommt bestimmt gleich wieder einer von hinten angriff ok du schaffst du schaffst du schaffst du schaffst Gott das weiß immer schon mal jetzt sag mal nein nein, was macht denn die Oblette die bei der Hänge? oh, die ist so dumm die alter hau ab da weg von mir wow was sieht denn aus? sag mal ja, ich hab nen Kopf du wirst sterben mein Freund ey, die halten ja wo was aus, die Typen ja, sonst wär's ja unrecht, du hältst ja so viel aus du schaffst doch, hab ich mal dreimal getroffen Ja, weil ich auch jetzt wieder regeneriert habe. Cheater. Brauchen wir mehr Munition für die Waffe hier. Das reicht doch vorne und hinten nicht. Mann, Mann, Mann. So. Was ist denn los? In Deckung, ein Eindringling. Wo? Ich bin kein Eindringling, ich bin lieb. Oh, schon gerade. Oh, den Ohr. Denk gar nicht, Astbrand. Ne. Brauchst gar nicht, ich schmeißen. Waaah, kommt. Na, ist daneben. Schmeißen muss gelernt sein. Versuchst gar nicht das. Habe ich gerade aus der Luft gejagt? Okay. Hä? Was ist das? Oh, Munition! Oh. Hast du das auch noch gut? Ach ja, ich erinnere dich erst mal. Oh, nein. 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 Nein. Oh, nein. Ich glaube nicht, Tim. Ah, da sind noch einer. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, nein. ich äh, die sind wahnsinnig hart, neckig, ich habe es gerade nicht gehabt, das wort. So, wir dauern uns mal rüber, ja? Jetzt! Noch eh noch! Hau ab! Der wollte noch wegrennen. Haha, Fehler im Spiel. Oh man. Der hat sich selber aufgehandelt aus. Hm, so ein Bart. Sieht fast so aus, als wenn er es selber sogar noch festhält. Also, am Strick oder so, wenn er in der Werbe. Ich wegen dir erst hängenbleibe. Dein Glück. Noch mehr! Ne, na? Echt? Ne, gut. Ah, nein, 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 nein! Boah, der macht sich auch faul. Bäm. Wahnsinn. 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 Noch mehr irgendwo hier? Oh, oh, da guckt die Sonne. Wahnsinn. Wow. Du hast schon so ne große Sonne gesehen. Alex, in was für einen Mist bist du denn da wieder reingeraten? Ja. Bild, so. Ähm. Wer ist eigentlich Alex? Das war aber der Typ, der hier verraten hat. Der so nicht so, dem man nicht so ganz trauen sollte eigentlich. Ach, das ist Alex. Ich dachte, die sucht gerade Alex. Die Frau ist nicht genau wie Alex. Alex ist eine Frau. Ich weiß es doch nicht. Wenn ich es wüsste. So, das sieht man aber so in der nächsten Folge raus, wer Alex ist. Hahaha.